Wir sind in Deutschland in dem Jahre 1971. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland. Westdeutschland ist den USA unterlegt und ist im Allgemeinen wohlhabend. Ostdeutschland ist der Sowjetunion unterlegt und ist im Allgemeinen ganz arm. Hier sehen wir deutsche Kinder aus West- und Ostdeutschland, die von der Berlinmauer getrennt sind. Ich wünsche, dass ich mit den anderen Kindern spielen konnte. Du, komm bitte! Ich? Wir wollen sehen, was du kannst. Wirklich? Ja, hier, der Hilfestein. Du bist sehr schlecht. Heraus! Ich werde Ihnen zeigen, was ich kann. Ich werde Ihnen sagen, was du kannst. Hey, jetzt bist du sehr gut. Willst du mit uns spielen? Vielleicht. Ich weiß nicht, aber... Entschuldigen, dass wir hart gegen dich waren. Wir hätten dich nicht urteilen sollen. Hier hast du den Hüppstein. Wir mussten dich wirklich nicht urteilt haben. Nein, das war verkehrt von uns. Alle müssen eine Chance haben. Freude! Wir müssen uns comenz mal kurz. Weiten況. Ja, das war den Hüppstein. S Haben wir uns. Vielen Dank.